So, wo ist mein Auto? Da, wo ist gerade was angekommen. So, dann können wir sofort weitermachen, gleich mit der nächsten Mission. So. Motivator, eine Versicherung anrufen, mal die Autos zurückkriegen. Ich verstecke mich einfach schnell in meinem Clubhouse. Wie neun Mädels begutachten. Neue? Ach so, okay, gut. Ich kann nicht rein, weil ich halt weil jetzt Dings hier drin bin, ja, bei CEO. Ich starte jetzt nicht in den Club zu gehen. Ich glaube, wir können das anrufen. Oh Gott, oh Gott, oh, 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 oh. Das ist ja nichts, was ich am Anfang anrufen. doch gegen ob die sex ist nur irgendwie wenn die Kupfer unter Puzzeln ob er immer wird am lieben er was siehst du ich hab dich bekloppt unter Puzzelt ach so ja eben war mein Wagen noch ganz jetzt ist er ja stimmt ja ganz vergessen dass das Auto ja schwimmt ich hab total vergessen dass Toreador im Wasser ja nicht so schlimm ist so hey kommen wir rüber zu meiner Basis das war klar immer ich kenne mal deine Basis neue Schlafzimmerfotos machen wie letztens geh ich erstmal nochmal zu den netten Damen um mir ein paar Snacks zu holen ja bin ich auch gerade dabei ach wir werden jetzt von Baby bedient Baby jetzt zieh doch jetzt zieh doch mal das Ding aus das ist nur für die Fetisch Nacht gedacht Mensch jetzt ist gerade keine Fetisch Party zieh das Ding aus ich wusste gar nicht dass man auf Insta zu Tripp streamen kann auf Insta kann man zu Tripp streamen keine Ahnung das hab ich ja noch nie gesehen warum steht schon wieder mein Wagen hier wenn das kann ich hab das gleiche Auto aber auch ne abgesehen davon kann sein dass auch einer von meinen dabei ist jetzt dürfen wir eskortieren ok was dürfen wir jetzt eskortieren tieren mit Tieren ah ne ich bin ja nicht so der Fan von ach Gott ey ich lasse was was haben wir denn hier schönes eskortieren Mastobjag erwassen ne nie einfach nie ich sag dazu jetzt einfach nichts mhm 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 kacko müh mhm 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 Das verstärkt er. Probiere es einfach. Wird schon irgendwie werden. Alle zugucken wie das Ding runter geht. Ja wir wollen guckt sonst noch wie das Ding hoch geht. Jürgen guckt erst mal wie das Ding hoch geht. Ja er kann ja wenigstens fliegen alter. Markus kann nicht fliegen. Das Auto kann fliegen oder? Nee tauchen. Achso es gibt eine andere Variante der Fall. Das ist der Deluxo. Der kann fliegen. Wir fangen runter. Wir fahren nicht runter. Wir fahren nicht runter. Ja wir fahren nicht runter. Ja wir fahren nicht runter. Wow 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 wow. Voll viele rote Funde. Sie ist eine rote Funde. Scheringen vorhin. Jetzt kommen wir von hinten. Oh der Blickweck kommt wieder? Ja sie sind einfach so nett. Sie sind ja nett, ok. Ja man will. Und das ist ja nicht einfach so nett. Alter Scheiße, ziehen die Leben ab, Alter. Granate. Die vertragen ja auch schon wieder so viel, ey. Na gut, nee, Headshotte sind besser. Bei denen die diffusieren schnell. Der hat seinen Sorgen. Die sind cool, diese Fahrzeuge, die... Die Rampenfahrzeuge, ja. Ja, die sind von Fast and Furious zum Beispiel inspiriert. Ich glaube, neun oder so war's, he? Nein, Leute, kommt er jetzt erst. So. Sieben oder so oder acht. Mit der Russen, weißt du? Ja, ja. Und dem Panzer. Das war auch geil, wenn wir den Panzer da über die Autobahn fahren. Ja, der glaube ich, das war sechs, glaube ich. Nee, diese, diese, diese Web-Quem-Cars, weil ich glaube, oder was, fünf, ich nehm eins davon auf jeden Fall. Ich will das Ding haben. Ich hab noch einen M.K. Ich hab selber eins davon. Jagd da mal einen Düsenjet rüber. Hier passen noch zwei rein. Nimm da noch einen M.K. oder so. Alter, was für ein Riesenvieh. Die Sowjetunion ist unterwegs. Was soll das eigentlich sein, wie er ist? Keine Ahnung. Aber ne Deutschlandflacke drauf, hä? Deutschland, Deutschland. Der fährt den Dachkack-Kirchen. Ich hab den mitgenommen von denen. Den, den, den Wagen. In der Nähe vom CEO. 200 RP. Ich bleib jetzt einfach die ganze Zeit beim CEO und krieg meine Level. Fuck you. Der hat sich nämlich gesagt, hat mich einfach rausgeschossen aus dem Auto. Was soll ich jetzt machen? Einfach hier warten. Ich muss, ich muss, der wird verfolgt. Lass uns mal wegschießen. Oh, da drüben. Ach, du, du bist das. Da kommt Helikopters. Toll. Links. Links, 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 links. Achso, die Fliegel. So, der hat eine Helikopter. Den hast du nur abgeschossen, Alter. Nö, ich hab einfach den Pilot rausgeholt. Jetzt bin ich nahe an denen. Warte, 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 warte Abonnement, Punkt ار. ich hab doch ja 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 ich würde gerne eine neue position sehen aber kannst du mal ein stück ganz ich kann nicht fahren wenn du das ding in kontrolle hast ach so wenn du das raketen links in der kontrolle hast ich kann sie aber auch nicht mehr wegnehmen ach doch jetzt weil ich schieße mich die ganze zeit gegen die gegen hüte ich merks die mit auf der straße der land ist ganz knapp neben uns es gibt da 2 vor uns ja ich kann ja nicht schießen wenn du nicht im ja neben uns das sind eigentlich unsere leute ja ach so die sind jetzt weg lol so die die gehen so fliegen die dinger ha 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 dieses wir sind von euch schon gestorben hier auch kämpfen wir haben heute rausgeschossen ich war das leben mit geschossen wird hart oder wird schüßt wie mir die boppte an mir weg ja ich versuche dann ein bisschen wieder anzukommen nämlich dass wir nicht hinweg holen können die nerven nehmen mir nerven hoch wünschen aber den kriegst du wieder nicht was ja ich bin aber dran ja ich brauche ein bisschen luft wegen dem wegen den wir kommen noch zwei die fliegen einfach geradeaus die nächsten zwei ansatz das ist abartig gerade die mission aber macht bock muss ich sagen es regnet helikopterteile was braucht ja bei den weg von den nächsten einer weg ich habe ja keine andere kann ja eventar ja ich kann ich kann nur ich kann nur schießen wenn mich wenn wir ding ist den modus freischeibe ja kanister musik und granate trennen gab granatwerfer geht der typ hinter mir aus den nerven ich hatte jetzt aus der typischer fixer so tschuldigung alles gut hat sich erledigt ich bin dran vorbei ich weiß nicht warum es eng geblieben ist ja ich bin damit umgefallen ich weiß bei mir hat es auch gerade geleckt irgendwie das sah sehr komisch aus das ist bei dir geleckt hat was seine mission links Und tschüss Jetzt Warte, warte, warte Der ist ja auf mich gerade fixiert, der Eli Jawohl, da kommt nämlich aber noch einer Wo will der hin, der will bestimmt zum Militär Die fliegt gerade aus Sehr gut Das war einer von den Autos Ich frage mich, weil die ganzen Raketen eigentlich nachlädt Du Ich bin der Knecht Sowieso Bei uns in der Kuh sowieso Du bist der Neuer Jawohl, Haley Down Komm in der nächste Und nächste Haley Down Sehr gut Komm in der Kuh, wir fern Sklaven, auch dich Die Frage ist, wie weit hat er? Das ist ja auf Facebook, Alter Die werfen Facebook erst mal so Ne, ne, da, wo steht das Wort Sklaven drin Entschuldigung Das war, ich war absichtlich Das Teile hält auch viel aus, muss man mal sagen Normalerweise halten So viel halten die normalerweise gar nicht aus Ich glaube, der ist ja wirklich schützt Hat er abgedreht, ne, warum? Wir haben es geschafft Okay Wir haben es gut Wir haben es Sehr gut auf jeden Fall gelöst 36.000, Alter, für dich hast Vorbereitung Das ist viel Das ist arschviel Ich bin mal nochmal ganz kurz afkar Wir haben es geschafft Wir haben es geschafft So 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 Wieder da Ja Warte auf Einladung Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Das ist doch für die Scheiß Mini-Pazzer 2,2 Millionen Das ist doch für die Preise Ja, ich hab's schon gesehen. Ich höre die Kugel auf meinem Auto einschlagen. Die Frage, welcher ist denn das? Ist das hier der... Ja, das ist... 3,3 Millionen kostet der LKW, den wir gerade sortiert haben. Der Raketen-LKW. Alles ist gut. Du brauchst deine Aggression nicht mir auszulassen. Ach nee, ich wollte mal wissen, wie es sich so als Linksradikale anfühlt. Ich mach einfach mal so ein Autozenterwort. Oh, Mann. Wo ist denn mein Toreador jetzt? Ach da. Das war knapp jetzt, Kev. Ich hätte ihn fast noch wegschießen können. Ich will gar nicht. Wieso greifst du mich jetzt an? Ja, ja, ja. Ja, das ist ja noch... Ah, da hat jemand schon einen Gängergriff starten müssen. Ich hab leider den Pferdchen umgeschossen. Das passiert. So.